Der hat das Kopffalltor gemacht, ne? Das war gegen uns, das war gegen uns, damals gegen Leverkusen. Mein Bundesliga-Debüt habe ich gegen den VfL Bochum gegeben. Ich. Ist richtig. Hat sich die Frage beantwortet. 1-0 für Marco. Nächster. Der BVB ist der dritte Bundesligist meiner Karriere. Ich habe bislang ein Bundesliga-Tor erzielt. Ich habe zwei Landsmänner im Kader. Ich habe einen, aber ich weiß nicht, wo er vorher noch gespielt hat. Ne, das kann doch nicht sein. Er hat ein Bundesliga-Tor, hast du gesagt? Mh-mh. Marvin Hitz. Er hat ein Tor geschossen, oder was? Das ist richtig. Krass. Ja! Der hat das Kopffalltor gemacht, ne? Das war gegen uns. Damals gegen Leverkusen. Scheiße, ey. 2-0 Marco, nächster Spieler. Ich warte noch auf mein Profidebüt beim BVB. In meinem Profilnamen bei Instagram ist die Rückennummer von Zagadou enthalten. Ich kam vom FC Barcelona. Matteo Moré. Ist richtig. 2-1. Nächster Spieler. Scheiße. Ich habe in meinem ersten Pflichtspiel für den BVB getroffen. Ich habe zwei Fritz-Walter-Medaillen bekommen. Jetzt ich. Richtig. Was hast du in deinem ersten Spiel getroffen? Gegen den war das? Augsburg. War ich superkann, war ich verletzt. Skusskull. Skusskull. 2-2. Nächster Spieler. Der E-Set-Ritual-Hinweis. Vor jedem Spiel trinke ich ein Espresso, lege mich nochmal hin, dusche und höre Musik. Espresso hätte ich direkt an einen gedacht. Mein bisher einziges Bundesliga-Tor habe ich gegen Nürnberg erzielt. Und meine Schwester sitzt im Parlament. des Kantons Zürich. Oh mein Gott. Kannst du die zweite Sache nochmal wiederholen? Mein bisher einziges Bundesliga-Tor... Manu? Manu? Ist richtig. Ehrlich? 3-2. Wie kann ich das nicht wissen, ey? Das mit der Schwester, da war ich schwer. Das war mir zu einfach. Da dachte ich da wieder an irgend so eine... Dass das so ein bisschen einen in die Irre führt. Aber er hat mir erzählt, dass er gegen Nürnberg getroffen hat. Das siebte Tor hat er geschossen. Stimmt. Da klang mir an. 3-2. Nächster Spieler. Ich bin der erste Spieler meiner Nation beim BVB. Der BVB hat mir die Nummer 9 angeboten. Ich mich aber für eine andere Nummer entschieden. In der vergangenen Saison stand ich als einziger BVB-Akteur bei allen 34 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Oh mein Gott. I don't know. Jaden? Jaden Sancho. Ich kann hier auch überhören. 4-2. Einer fehlt noch. Nächster Spieler. Der ist jetzt alle 34. Mein Vater ist Informatik-Professor. Ich habe 2009 und 2010 die Fritz-Walter... Mario. Das ist richtig. 3-4. Okay, nächster Spieler. Ich werde 2020 zum ersten Mal Papa. Aschau-Fakimi. Aschau-Fakimi. Das ist richtig. Ja! Da gab es nur zwei Varianten, entweder Manu oder Aschau-Fakimi. Das ist ein großer Hut. Das ist richtig. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hahn- dedi canned K Das ist richtig. Untertitelung des ZDF, 2020